zwei bundeswehrsoldaten aus bayern wehren sich seit einiger zeit vehement gegen die kommende impfpflicht sowie alle staatlichen c maßnahmen nun droht einer von ihnen in einem video der bundesregierung und stellt ein ultimatum die konsequenzen werden bereits geprüft teilte das verteidigungsministerium dazu auf twitter mit hier der tweet gleichfalls in der sache aktiv ist die polizei oberbayern das etwa einminütige video zitat enthält drohungen gegen den rechtsstaat die nicht hinnehmbar sind zitat ende erklärte das verteidigungsministerium weiter ein sprecher bat allerdings um verständnis dass aus rechtlichen gründen zu dem vorgang vorerst keine näheren angaben gemacht werden könnten insbesondere nicht zu den beteiligten personen in dem video das in sozialen medien verbreitet wurde ist ein mann in uniform zu sehen der sich als oberfeldwebel oberauer vorstellt er wendet sich insbesondere gegen die beschlossene impfpflicht für pflegekräfte sowie die für soldaten für diese impfung bereits geltende sogenannte duldungspflicht er spricht von einer klaren warnung und setzt der regierung ein ultimatum bis morgen 16 uhr ihre diesbezügliche politik zu ändern bis dahin seien die soldaten gesprächsbereit heißt es im begleittext des videos das video wurde vermutlich am frühen morgen eine stunde nach mitternacht gepostet nach angaben des rechtsextremismus und social media experten josef hollenburger ist daher nicht ganz klar ob der mann im video mit seinem ultimatum den donnerstag oder den freitag meint so der co geschäftsführer des centers für monitoring analyse und strategie das unter anderem desinformation und radikalisierung tendenzen in sozialen medien beobachtet hollenburger geht allerdings von donnerstag aus auf twitter kursiert zudem ein video von anti maßnahmen protesten am gestrigen abend in rosenheim auch dort spricht der mann der sich als oberfeldwebel oberrauer bezeichnet sein ton ist deutlich bedrohlicher im internet wurden auch aufrufe eines weiteren soldaten der als daniel futschik bezeichnet wird verbreitet auf ihnen nimmt auch der angebliche oberfeldwebel in seinem video bezug futschik soll unter anderem zu einem kampf gegen politische entscheidungen aufgerufen haben die beiden soldaten sollen unbestätigten angaben zufolge in bad reichenhall und in eus kirchen stationiert sein auch soll insbesondere der soldat der sich als oberrauer identifiziert bereits seit einiger zeit wegen anderer vorfälle ins visier von vorgesetzten und behörden geraten seien diese sollen auch bereits maßnahmen gegen ihn eingeleitet haben eine offizielle bestätigung dafür gab es bislang nicht auch war zunächst nicht klar ob sich das ultimatum auf diesen donnerstag oder den morgigen silvestertag bezog das polizeipräsidium oberbayern teilte auf besorgte anfragen im internet zunächst lediglich auf twitter mit zitat die videos und deren inhalte sind uns bereits bekannt unsere zuständigen kollegen haben sich der sache bereits angenommen zitat ende wenn dir dieser video beitrag gefallen hat freue ich mich über einen daumen hoch von dir so hilfst du den youtube algorithmus zu triggern und die reichweite des videos zu erhöhen damit es noch mehr menschen sehen können ich veröffentliche täglich videos über wirtschaft politik und mehr über dein abonnement mit glocke freue ich mich damit du auch in zukunft keines meiner videos verpasst vielen dank und bis bald dein mentor und bis bald dein